Also die Corona-Impfung, die macht ja häufig Nebenwirkungen so ein, zwei Tage nach der Impfung. Und zwar kann man sich da krank und so wie nach einer Grippe fühlen. Viele haben auch ein bisschen Fieber und fühlen sich ganz schlapp und kommen aber, das Ganze ist aber harmlos und ist nach zwei, drei Tagen wieder weg.